Hey, hoi zusammen und herzlich willkommen zurück. Meine erste Runde als Gana. Man darf gespannt sein, ich bin aber leider wieder nicht auf dem selben Schiff hier Calavia. Aber wie gesagt, Gana, what the fuck? Ach so, ich kann ja, ach ja, ich bin es nicht gewohnt, dass ich da unten keine Repair-Tools mehr habe. Wir müssen immer an den Kanonen rücken und dann hast du deine Fähigkeiten, Fettigkeiten. Ich merke das gerade, ach cool. Awesome. Okay. Wo sind die Gegner? Oh, wir haben diese Löwenkopfkanonen. Holy shit, geil! Bist du eigentlich im gegnerischen Team? Ich weiß es gar nicht. Nein, wir sind wieder im Team, aber wir sind jetzt im Schiff. Oh, schade. Ja gut, aber dann brauchst du doch gar keine Angst davor zu haben. Hyperion! Hyperion? Oh, das hätte ich gedacht. Das ist unser Gegner. Oh, da ist noch einer ziemlich schwerer... Borderlands-Player. 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 Äh, wie heißt das eigentlich unsere Katzen? Endlich, mit dem Buffer-Mann habe ich so eine Möglichkeit die ganze Zeit gemacht. Ich bin die ganze Zeit beschäftigt. Ja, richtig. Ich bin also niemals. Wow, was zum Henker tut er? Oh, ich hab irgendwie gerade so den... Whoops! Unser Käpt'n hat einen Felsen gerammt. Das ist ein... was ist noch ein Käpt'n hier? Dann kam direkt, what? Kann ich walk an der Türke? Ja. Ist der der Türke? Ja, der ist der Türke? Ja, der ist der Türke. Ich hab irgendwie gerade so... Die Regen sind dran gehabt, unsere Hunde zu reparieren, weil die kaputt waren. Und ich hab so... Nein! Okay. Calm down. Du bist nicht mehr der Mechaniker. Richtig. Ich glaub, als Kanonier kann ich mich auch ganz wohl fühlen. Dann kann ich Leute zerstören. Leute schnetzeln. Yay! Ich hab einfach einen Platz gebrochen, also sie sind hier irgendwo. Ich hab einen Platz gebrochen. Ich hab einen Platz gebrochen, aber ich hab einen Platz gebrochen. Wir sind jetzt irgendwo hinter uns. Oh, tatsächlich. Wir sind beide fast hinter uns. So halb hinter uns. Oh, aber viel zu weit weg. Scheiße, die haben aber auch diese Kanonen. Damit sie genau hinter uns sind. Scheiße. Bäm bäm bäm! Bäm 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 bäm! No! Hülle down, Hülle down, Leute! Hilfe! Ah, ich will immer direkt hinrennen! Nein, darf ich nicht! Mach ich nicht! Soll ich nicht! Okay, wartet, wo sind sie, wo sind sie! Hier! Da! Stirb! Nein! Aber wir haben so unfake! Wie scharlige! Meine Röbel, es tut so weh! Ich hasse den falschen Job! Nein, ist egal. Okay, ähm... Ja! L-Hamster! Ah! Ah! Oh, nice! Okay, gleichstand! Wir können auch aufholen! Hallo, Captain! Ich werde aufhören! Oh, warte! Er ist gerade da! Ja, er ist gerade da! Gerade da! Pyramidion! Let's check! Pyramidion! Wir sind auf dem Weg! Wir retten euch! Wer greift euch an? Wer greift euch an? Ich weiß es nicht! Das ist doch okay! Ich bin gerade damit beschäftigt, meine Hülle zu reparieren! T-Mate! We come to save you! Ich sagte mal, man kann das Instant reparieren! Man muss trotzdem warten, bis es... Ah! Nein, man kann es nicht... Man muss halt... Ja! Blöd! Man muss warten, bis dieses Apparatur-Dings aufgeführt werden! Ja! Da muss man leider immer drauf warten! Hallo, Felsen! Captain! Felsen! Sag den Captain, was er warten soll! Auf uns! Schreib ihn das! Erwarte! Hätte das nicht Global schreiben sollen, oder? Match? Ist egal! Ist scheißegal! Ja, das ist überall nicht Global Match, scheißegal! Ist mir jetzt scheißegal! Ich renne nur noch zu den... Mann! Das ist voll der Reflex mittlerweile. Ich bin viel zu... Ich bin viel zu oft Mechaniker gewesen. Sind wir rot? Ja, wir sind rot. Ah, okay, jetzt können wir zu... Wow, Vorsicht, nicht rammen! Da hinten ist Hyperion. Ja, geradeaus war der gerade. Warum haben wir unser Ballon beschädigt? Vielleicht wegen einer Fähigkeit? Aber eigentlich kenne ich keine Fähigkeit, die den Ballon beschädigen. Da ist Pyramidion. Wo ist Hyperion? Oh, warum sinken wir ab? Warum sinkt er? Was tut es? Oh, yeah, sehr spannend. Left click to fire, right click to... Oh, ich kann zoomen? Oh, what the... Tatsache. Ich kann hier auch schon trennen. Ich kann hier auch schon trennen. Bitte? Oh, ich muss natürlich wieder Ewigkeiten laden. Das ist natürlich eine Idee. Okay, ich kann mal mich um... Nicht absenken. Ne, ah, ah, runter, 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 runter. Ich kann nicht... Nein! Come on! No! Oh! Du Depp... Weißt du wat? Macht doch euren Job, verdammt! Wie kann ich denn... Seid ihr das? Weiß es nicht. Ich kann mich grad nur auf die Hüge passen. Ihr seid rot, ja. Okay. Wir müssen... Wie kann ich die denn von... ...den Maschinen wegholen? Wie kann ich die denn von den Kanonen wegholen? Wegen. Ey! Einfach Bram setzen an die Kanonen. Die machen meinen Job. Geh an die Kanonen und geh. Auf die Kanonen. Warte, wo sind denn überhaupt unsere Gegner? Ja, 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 schon gut, schon gut. Ich hab's verstanden. Unsere Gegner sind weg. Wir haben sich schon Luft aufgelöst. Ach nee, da. Vorsicht! Unsere Höhe ist auch einfach mal komplett down. Nein, noch nicht drehen! Warum drehst du denn? Weil der hier durch will. Der will abhauen. Okay. Ja, gut, das ergibt sich. Wir sind schon wieder down. Ich repräsentiere die Blumen. Unsere Hülle, da kümmert sich keiner drum. Na jetzt, endlich mal. Oh, Leute. Oh ja, jetzt dreht er sich wieder, weißt du? Jetzt nicht, 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 nicht wieder drehen. Nicht wieder drehen. Mach mal nein! Das ist so schwierig. Okay, das war's. Hm. Keine Sorge, wir sind noch gut dabei. Es ist 3 zu 3. Oh, stimmt, stimmt. Oh, Gleichstand. Wuhu. Wuhu. Nice. Awesome. Oh no, we're burning. Nah. Burning sensation. But this burning sensation must mean something. Oh, das tut uns gut. Wir trafen uns wirklich gut. Aber dieser freie, der schützt euch nicht. Oh, bitte nicht. Ich muss mal meine Einstellung wieder machen. Oh, Gott. Boah, das ist schon voll in Krampf und Zeigefinger, ey. So viel am Klicken bin ich hier. Bist du das mal Mechaniker? Nein, 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 oh Mann, jetzt ist meine Einstellung wieder hinüber, du Idiot. Du hast ausbrechen, hier ist eins. Wartung, aus der Bahn. Meins, meins, das funktioniert nicht. Das funktioniert nicht, ich krieg die nicht von den Kameron weg. Äh, was ist das? Nein, der ist doch groß, das ist unser Kumpel. Oh, komm schon. Nein, nicht wieder. Nein. Komm schon. Nein, nicht wieder. Komm schon. Nein, 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 nein. Ey, geh da weg. Ich kann die nicht, das geht nicht. Doch jetzt. Was ist das? Das ist die Möglichkeit, so ewig zu nachladen. Das ist der Wahnsinn. Das ist mega, wirklich. Ja, ich merke das schon. Der hat einfach nur Mistkanonen auf diesem Schiff, ne? Okay, komm her! Nein, 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 nein! Dreh! Drehen! Nach oben, nach oben, nach oben! Bitte! Ey! Nach da! Ich hab schon das Schiff, dass viel mehr Schaden hat. Warte, ich hab ihn gleich, ich hab ihn gleich, wir haben ihn in die Ecke gedrängt. Okay, sind wir das? Ja, wir sind das. Okay, ich hab mein Chief mit unlocked. Ja. Das ist das erste Mal, dass ich überhaupt als Ganner gespielt habe. Ich fand's irgendwie ganz lustig. Ja. Staying alive! Staying alive! Staying alive! Staying alive! Voll gut, Mann! Okay! Wir haben's geschafft, Freunde! Komm, high five! Komm! Das soll man hören, Mensch! Sehr schön! Oh mein Gott, ich hab meinen PC fast umgeschmissen. Ja, wir haben's geschafft! Ähm, das schreibe ich jetzt nicht mehr. Doch, 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 das schreibe ich noch. Ähm, ja! Ähm, du warst mit El Hamster in einem Team. El Hamster? El Hamster! Jawoll! Canyon Ambush! Ich glaub, da waren wir auch gerade. Da waren wir gerade. Aber ich hab nicht viel mitbekommen, weil ich war die ganze Zeit am Reparieren. Ja, ich hab auch von der Map, von der Umgebung hab ich nicht so viel mitbekommen. Ja, also meine Kombination war gut. Ich muss...